Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Friedrich? Im Adlon wird man nicht nur übernachten, im Adlon wird man sein. Louis, Sie werden aus diesem Hotel eine Legende machen. Sagen Sie das bitte, mein Vater. Genau davon hat er geträumt. Julian, du musst vorsichtiger sein mit dem, was du schreibst. Wer nicht für uns ist, ist es gegen uns. Er hat sich ausgedacht, dass man nur mit einer glücklich sein darf. Was im Adlon geschieht, bleibt im Adlon. Exzellent, Rudolf. Hast du geglaubt, dass ich auf dich warte? Dr. Dougal Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020